Seit über 20 Jahren steht das Sonnenschutzzentrum Mostviertel für maßgeschneiderte Lösungen in der Sonnenschutztechnik und lädt zur Hausmesse vom 26. bis 30. September. Bei der Hausmesse haben wir die Möglichkeit, nachdem wir im Sonnenschutzzentrum Mostviertel sind, dass wir die gesamte Produktpalette unseren Kunden zeigen können. Also von allen Indoor-Geschichten, also Innenbeschattungen, Sichtschutz, letztendlich auch Blendschutz, also was man im Innenbereich braucht, von Plissé, Lamellenvorhang etc. Dann gehen wir zu den Fensterbeschattungen, die haben wir auch alle ausgestellt, Rollläden, Raffstor, Zipscreen. Zipscreen ist ein Thema, das kommt immer mehr. Zipscreen ist eine senkrechte Fensterbeschattung, schienengeführt bis 120 kmh windstabil. Das ist ein Thema, das gibt es bei Fensterbeschattungen normalerweise nicht. Aber durch diese Schienenführung mit einem Zipferschlusssystem, wie bei einem Reißverschluss letztendlich, wird diese Anlage sehr, sehr windstabil. Und das Schöne daran ist, Sie fahren die Beschattung runter, Sie haben bis zu 80% weniger Wärme ein Tag im Sommer, aber Sie schauen nach außen durch. Speziell geeignet auch für Kindergärten zum Beispiel und Schulen. Wenn die Kinder im Freien spielen oder im Schulhof spielen, die Beschattung ist herunten und die Lehrkräfte oder die Aufsichtspersonen sehen die Kinder. Wir haben natürlich bei uns bei der Hausmesse immer wieder Aktionen, so auch dieses Jahr. Man muss immer davon ausgehen, wenn Sie einen Sonnenschutz brauchen, dann denken Sie an 2023. Aber der Hersteller der Sonnenschutzprodukte denkt an den Winter und er denkt daran, weniger Arbeit, weniger Aufträge, weniger Leute, was machen wir? Also fahren wir immer bei der Herbstmesse auch gute Aktionen. In diesem Jahr haben wir wieder bis zu minus 15% der Falle Sonnenschutzprodukte. Das sollte man auf alle Fälle machen. Das heißt nicht, dass wir das heuer unbedingt montieren müssen. Sie können das bestellen und sagen zum Beispiel, ich hätte es gerne in der Karwoche vor Ostern. Dann werden wir das genau da montieren. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Erleben Sie die hochwertigen Sonnenschutzprodukte und Angebote direkt vor Ort. Vorbeischauen lohnt sich.